Hi, wir stehen jetzt schon seit ungefähr zwei Stunden im Stau. Die letzte halbe Stunde haben uns keinen Zentimeter bewegt. Das sind noch ungefähr zwei Stunden bis Dresden. Das ist ein kleines Schild an die Kennei-Boys. Wenn ihr den Trafikjum in den wir in den Weg zu Chemnitz waren, das ist Bullshit. Das ist ein Trafikjum. Bin ich auf Sendung? Bin ich auf Sendung? Ich krieg Hass! Scheiß Stau! Stuck ihn! Ich bin endlich auf die Szene. Ja! FC Köln. Ja! 1, 2, 3, Köln. Die Straßen in Ottawa. Die Straßen in Ottawa. Der war hier. Das alles ist nach dir gewesen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt auf meinem Laptop. Ich bin jetzt auf meinem Laptop. Das Mann ist da. Eddie ist da. Mookie ist da. Kräbel ist da. Es ist Richard in der anderen room. Wir haben dieses wirklich große Haus. Also, flat. Mmmh. Mmmh. Nice. So Leute. Was ihr jetzt los? Oh, ich bin so enttäuscht. Was ist los mit euch? Die Musik ist groß und neu. Die Geldschwurfen zum Profitzeug. Oh, oh. Willst du es klicken, aber hast kein Geld mehr. Oh, oh. Ist nix so gut, wenn man schon bestellt. Ich schalte das scheiß Ding auf. Ich schalte das scheiß Ding auf. Guck. Du bist die Idee. Ich rufe zwei.